hallo herzlich willkommen schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute gibt es mal wieder ein lost place video von mir und wie man schon den hintergrund sieht das ist eine alte bahnanlage hier bahnstehen sind leider nicht mehr ist alles abgerissen da fährt nichts mehr wir gucken uns das ganze mal an was noch übrig ist von dem ganzen viel wird es nicht mehr sein aber wir schauen uns einfach mal an viel spaß so 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 krass krass das wird im speicher gewesen sein guck mal hier oben ist ja mit Wasser, oder? sieht so aus, ja da guck mal. guck mal hier im fernlicht, rund, dann sieht das aus. siehst du das rot schon, ne? auf meinem einen foto sehe ich das nämlich. da ist was rotes drin. ja da sieht aus, da brennt der ofen. geil das schönes altes ding. ja Da ist jetzt sogar noch der Hersteller drauf zu sehen, sieben, irgendetwas. Toll, der geht's mal runter. Oh, da geht's noch richtig runter. Und der ist noch unter der Tunnel, da ist eine Treppe, weiter. Oh, da geht's noch weiter? Ja. Oh, ich lenne mich da wieder. Da geht's runter. Wurde mal runter, dann weg. Oh, da geht's wieder. Ob das er ist, oder? Oh, da schlagen wir noch. Das ist ein Abwasserkammer, oder? Alter, ey. Oh, bis da ganz hinten geht das noch. Aber da ist dann einer zugeschüttet. Hammer. Das nenne ich mal noch aus Place. Fuck. Eine Fledermos, das sind... Zwei? Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Alle auf einen Haufen? Ja. Krass. Und die sind richtig im Winter schlafen. Ich würde sagen, hier war mein Ersatzzeitlager. Lange ist hier. Oh, oh, oh. Leute, das sieht schon aus hier. Oh, der Kamin, der ist auch geil gemauert. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ein schöner Schornstein. Ein Schleifstein. Ein Schleifstein? Ja. Oh, ja. Das Ding hat meine Oma auch zu Hause stehen. Aber das ist ja schon kaputt. Schade. Oh, ja. Alter Schleifstein. Herrlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Das was man da oben drauf sieht, das ist von früher gewesen, wenn die Dampfloks drinnen standen, dann konnte da oben der Qualm raus, coole Sache Tja Leute, wir haben das Gelände auch jetzt gerade erkundet, viel war es nicht mehr Wie man im Hintergrund sieht, ist noch das Stellwerk zu sehen, da waren wir auch schon drinnen Jetzt geht es erstmal nach Hause, ich hoffe euch hat das Video gefallen, bis zum nächsten Mal, ciao ciao Untertitelung des ZDF, 2020